Es war einmal ein kleiner Vectricks. Dieser hatte sich für die Winterferien extra vorgenommen, mehrere Weihnachtsvideos zu machen. Jedoch bemerkte er nicht, dass der Weihnachtsstress auch ihn packte und vergaß fast, seinen Mitmenschen auch ein Geschenk zu machen. Nachdem er nun alle Geschenke besorgt und verpackt hatte, setzte er sich an den PC und versuchte ein neues Video aufzunehmen. Er überlegte und überlegte und fand heraus, dass er lange gar kein Fafihino-Partner gebracht hatte. Doch als er den Server betrat, bemerkte er, dass der Server abgelaufen war. Also war der letzte Ausweg wohl nur noch der Frost-Server und dort wollte ich euch mein Haus zeigen. Ja Leute, wie ihr seht, ist es dieses Weihnachten nicht alles so ideal gelaufen, wie ich es erhofft habe. Natürlich nur auf meinem Kanal. Im Real Life ist eigentlich alles nochmal gut gegangen mit den Geschenken und alles. Alles kunterbund, schön und gut. Und ich hoffe natürlich, dass es bei euch genauso gut gelaufen ist. Und wünsche euch natürlich nochmal im Nachhinein frohe Weihnachten und bald natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Apropos guten Rutsch ins neue Jahr. Wir stehen gerade fast vor den 100 Abonnenten. Natürlich würde dann ein richtig gutes, angemessenes 100 Abonnenten-Special kommen. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Es ist schon ein bisschen angelehnt an meinen alten Kanal, wer ich vielleicht kennt. Und ja Leute, das war es eigentlich von meinerseits von meinem kleinen Weihnachtsvideo. Das einzige, was dieses Jahr gekommen ist. Aber bei mir kam irgendwie einfach keine richtige Weihnachtsstimmung auf. Und ich würde sagen Leute, bis dann und ciao.